Willkommen zurück zum... Hilfe, äh, hier, äh, Minecraft. Together, mit'n Heiko. Ja, danke. Flying is not enabled on this server. Ich wurde getrennt. Danke. Haha, echt? Ja, wahrscheinlich, weil ich zu lange auf einem Fleck war oder so. Weil ich dich hochgeguckt habe. Ja. Wie blöd. Ja, ehrlich. Ich kann den immer zum Ausloggen zwingen. Geht das auf dem Mega-Projekt-Server auch? Nein, glaub nicht. So voll nervig, so einfach. Immer erheben. Was haben wir denn schon von dem Tunnelbohrer, Heiko? Den wollen wir ja heute bauen, ne? Irgendwas haben wir doch schon. Ja, die Frames und so alles, aber den Rest nicht. Ah, so viel also. Ja, wir müssen auch noch Support-Frame. Wir müssen auch noch ein Redstone-Support-Frame haben wir. Drei. Warte, ich tu mal in den Kompressor rein. Support-Frame. Tube-Frame. Obwohl, Tube-Frame brauchen wir eigentlich nicht, ne? Doch, klar. Äh, ja, dann brauchen wir ja noch Panels und, äh, Dingens, ne? Wie heißen sie denn? Panels und Kameras, ne? Was heißt denn Wolle auf Englisch? Äh, Wool. So wie Woolworth. Je, aber wir haben gar keine Wolle, kann das? Wir haben keine Wolle? Doch, aber der einen Block, graue Wolle haben wir. Ja. Ah ja, cool. Das sind 6 Strings. Okay, ja, ja, die Support-Frames und die Restless-Frames habe ich schon rausgenommen gerade. Ah, Strings. Geil. Aber irgendwas hatte ich doch noch vorbereitet. Ich hatte doch auch schon die Bohrköpfe fertig. Ja, die liegen da auch drin, glaube ich. Irgendwas hast du gebaut, das weiß ich. Wie heißen die denn nochmal, die scheiß Dinger? Blockbreaker. Blockbreaker. Ach, genau. Blockbreaker. Boah, wie viele? 128. Wie viel braucht der denn für einen Bohrer? Ja, übertrieben viele, Piller. Echt? Ja, der wird übertrieben. Nein. Äh, ja, den Frame-Motor brauchen wir jetzt noch, ne? Jo. Boah, ich habe noch Snow. Hui. Boah, ätzend der Frame-Motor. Warte, was brauche ich denn hier noch? Erkane? Oh, wo ist der Zauberstab? Ich brauche meinen Zauberstab. Okay, also. Sollen wir uns das ein bisschen aufteilen, irgendwie, oder? Ja, ja, klar, oder? Ja. Ähm, diese Draw-Plate, die wir brauchen für den Fein-Copper-Wire. Kannst du die machen? Weil da habe ich irgendwie keinen Plan gerade. Das geht mit dem Kompressor, ne? Warte. Ähm, die beiden Dinger, äh, die drei Dinger, die im Kompressor sind, die kannst du links neben dem Blast-Furnace reintun. Nö. In die Kiste, weil da mache ich gleich das super Solar-Panel. Ah, da kann ich also alles rausnehmen. Danke. Genau. Wer hat hier aber das komische Holz reingemacht in meiner Hütte? Ich verstehe das nicht. Was für ein Holz? Da ist immer so komisches Holz im Boden und so Holzblöcke. Ich glaube, der Heiko war das. Ich war das nicht. Ich habe damit nichts zu tun, also. Ich glaube, das war der Heiko. Oh. Haben wir noch Eisen. Ah. Oh, wir haben nur noch 30 Eisenbarren, ne? Ja, die wurden hardcore letztes Mal benutzt. Ist ja nicht irgendwo eine Werkbank hier oben? Ja, hier drin. Oh, ey. Oh, ey. Geh weg, geh weg, geh weg. Boah. Aber Leder haben wir, ne? Alter. Alter. Boah. Was passiert? Ja, hier war ein Creeper direkt neben dem Server. Ach so, krass. Ja, direkt daneben. Also, geh weg, geh weg. Ich gerade im Inventar so drehe mich um, gucke eben direkt in die Fresse. So. Bam. So, warte. Was brauche ich denn noch für diese guten Schuhe? 1.0 oder Leder? Leder. Also, ich mache schon mal die Eisengitter. Ah, da haben wir welche von. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, fuck. Oh. Ich vergesse immer meinen Jetpack anzumachen. Ne, Uncrafting Table? Ne. Warte, wo war denn hier das Loch ins Lager? Hier war doch irgendwo ein Loch. Wie heißt denn das Scheißding in Deutsch? Uh. Heißt die nicht Werkbank? Ne, ne? Wie heißt das Ding noch? Was denn? Ähm, Table? Ja, der Crafting Table. Ist doch Deutsch. Manches hier. Oder wie heißt der auf Englisch? Also, ich habe alles in Englisch hier. Auf Englisch ist der Crafting Table. Aber wir haben nur eine Uncrafting Table. Muss ich jetzt echt nur einen bauen? Das gibt es ja nicht. Also, warte. Was will ich denn machen? Äh. Leder. Ja, Werkbank. Aber wir haben auch gar keine. Wir haben keine Werkbank. Nee, haben wir nicht. Das ist aber ärgerlich. Warte, ich helfe euch gleich. Ich helfe euch gleich bei dem, nicht bei dem Tuttlebore. Ach Mist, das haben wir immer noch nicht hier den Spawnschutz deaktiviert, ne? Scheiße. Kannst ja nix bauen, ne? Hier vorne, da wo dieser, die Mining Turtle so abging. Ähm. Heiko, muss das eine Diamond Draw Plate sein? Ja, ich mache die sowieso gerade. Also, ich habe die eigentlich schon fast. Ach so, okay. Oh mein Gott. Was, was bräuchte alles? Ich brauche Wasser 8. Warte mal, Wiring ist was anderes, ne? Ja. Boah, aber gleiches Symbol hier wieder in Svex. Ey, das geht mir auch ein bisschen auf den Sack. Nichts tut? Naja, das ist echt schlimm so, weil viele Sachen einfach genau gleich aussehen. Ach so. Das ist ärgerlich. Warte, hier habe ich Luft drauf, das schnelle Männchen. Luft drauf, das schnelle Männchen. Luft drauf, das schnelle Männchen. Ich muss hier mal rechnen, weil ich muss jetzt genau so ein scheiß Rezept hier machen. Drei davon rein, dann habe ich da Luft. Und das schnelle Männchen. So. Ach, da sind nur zwei, da sind gar nicht acht. Ich brauche auch einen Zwei-Frame-Motor auch, ne? Fällt mir grad mal auf. Hast du die, die Eisengitter noch? Ja. Was? Zehn Stück reichen, glaube ich, ne? Was die da labern, ey? Was labern die denn da? Ja, hör mal. Wir gehen hier so voll technikmäßig ab, so. Ja, und ich zauber auf meinem Berg, was ist los? Ja, hör mal. Zaubern, ja? Nachher kommst du uns noch mit Glückssteinen oder was? Ja klar, die musst du immer anhaben. Ja. Oder Magnetarmbänder. Ja, die wirken echt. Ja, auf jeden Fall. Die gehen voll ab. Aber das funktioniert bei mir auch. Wenn ich so ein Magnetarmband anhab, ne? Dann kann ich einen Apfel in der Mitte durchreißen mit der Hand. Ja. Ach, sonst nicht oder was? Ne, sonst geht das nicht. Ah, okay. Da geh ich voll ab, dann auf einmal, weißt du. Warte, davon brauch ich vier. Eins, zwei, drei, vier. Dann brauch ich davon ja, mein Gott, zwölf. Ich packe jetzt aber zwölfter Reißwelle Latte. So, ich arbeite richtig gut mit. Ich habe zehn Eisengitter aus der Kiste getan und dem Heiko gegeben. Haha, geil. Geil, ne? Da geht auch was, oder? Jetzt packe ich dem noch Eisenbarren auf sich drauf. Ah, alle vier davon habe ich schon. Da haben wir die Framemotoren. Ja, sehr nice. So, jetzt brauchen wir nur noch Cover und Panels, ne? Mhm. Ach, acht Rüstung wollen wir noch, sehr gut. Aber wir haben keine Säge mehr. Ich habe noch eine, die ein bisschen abgeranzt ist. Haha. Egal, was machen wir? Für Panels? Egal eigentlich aus was, ne? Koppelt, oder? Haben wir am meisten. Ja. Ja, gut, Panel und Cover. Weil ich habe das immer so gemacht, dass die unterschiedlich sind, damit ich es nicht verraffe, wenn ich mal einen falsch setze. Haha. Ist das nicht so gut? Ja, weil dann ist halt so, wenn du auf diesen Support-Frame, diesen Support-Rahmen, die Panels drauf machst, die ziehen quasi mit, was auf der Maschine ist. Und die Cover gleiten da dran vorbei. Wenn du jetzt dann aber den Bohrkopf außen ummantelst und hast irgendwo ein Panel da dran, dann bleibt der jedes Mal hängen, sobald das Panel mit einem anderen Block in Berührung kommt. Und das nervt dann hardcore, wenn das genau die gleiche Textur ist und du jeden einzelnen austauschen musst wieder, weißt du? Ja, genau. Wirst du erst mal gucken, wo der Fehler lag, ne? Lass uns da einfach Holz und Stein nehmen, so. Ja, ist am besten dann auch so ein anderer zu halten. Ich verschwende jetzt gerade ganz viele, aber ist mehr Latte. Ich will es haben. Nichts Besonderes sollte ich verschwenden, aber keine Sorge, Jungs. Ja, ja, würde ich auch sagen. Ah ja, ich brauche noch dieses... Einen Sandblock muss da auch noch rein. Habe ich hier noch einen Eimer? Ah ja, hier. Meinst du, das reichen 44 Cover? Cover? Ne. Oder? What? Ich weiß nicht. Ich glaube ja nicht. Jetzt ist die Dingens kaputt. Ich habe jetzt 50 Cover und 33... Leute, jetzt habe ich aber... Ja gut, warte mal. Ah, sehr geil, okay. Da geht doch was. So, ach komm, ich mache jetzt einfach voll viele so. Zack. Ah, Quecksilber. Okay, ich schmeiße jetzt einfach mal hier rein. Das war wahrscheinlich gleich falsch, was ich hier mache. So, was brauche ich denn? Achtmal Wasser habe ich hier drauf. Dann 24 mal schnelles Männchen. Sechs und drei sind neun. Okay, ja, dann was brauchen wir noch? Einen Timer brauchen wir noch, ne? Ja, dann kannst du machen. Ist der hart? Hart nicht, aber nervig. Ja, toll, ey. Hart und nervig. Boah, Stone Wire, Stone Pointer, Stone... Was ist denn? Stone Wafer? Wie macht man in der Ten? Aus Stein. Wo ist denn noch fallen? Ach so, einfach nochmal schmelzen, okay? Was ist denn noch fallen? Ja, habe ich ja sonst auch immer, aber... So, Cobblestone... Okay, die Schuhe sind nicht so gut zum runterfallen, alles klar. Induction Furnace... Okay, die sind ein bisschen schneller. Ah, hier kann man so hochrennen, geil. So, wie viel brauche ich denn davon? Eins, zwei, drei Stone Wire Dinger? Guck mal, Ted, ich brauche gar nicht mehr springen. Wieso, springt der automatisch? Ja, der läuft einfach eine Stufe hoch jetzt. Ach so, ja, stimmt, hattest du ja gesagt. Yeah, what's good. So, drei brauche ich davon. Äh, wir bauen einen Timer nur, ja, reicht, ne? Die bauen da irgendeinen Kram, Mann. Ja, eine Tunnelbohrmaschine, Mann. Ist eigentlich voll easy, aber... Wenn du den ganzen Scheiß selber herstellen musst, da hast du schon keinen Bock mehr, weißt du? Meinst du so? Ja, also... Boah, ey. Mir geht es jedenfalls so, also... Haben wir denn noch einen Circu... Advanced... Advanced Circuit? Ui, hat der Heiko schon ein paar gebaut? So, was brauche ich denn jetzt noch hier? Die habe ich, die habe ich. Eine Kathode, da brauche ich eine Redstone Torch noch. Eine Kathode? Oh, ach, eine Redstone Torch. Ach so, die kann man aber craften lassen, geil. Hä? Warum kann ich das nicht bauen, Junge? Korrekt, dann mach das Ding für mich, Junge. Da brauche ich davon eine. Oh, da ist ein Reinforcement Plate drin. Mein Gott. So, jetzt habe ich das... Jetzt brauche ich noch den Pointer. Heiko, was ist denn ein Sonarium-Part? Äh, ich glaube... Wie sieht das Ding aus? Kannst du mir das mal zeigen? Ähm... Ja, klick mal auf Solarpanel auf das zweite. Im Menü. Das Advanced? Ja, genau. Und da drunter dieses... Da, ähm... Ganz unten da zum Teil. Das Reinforced Plate. Ach, das können wir jetzt noch nicht herstellen. Dafür brauchen wir einen Mass-Fabricator. Äh... Ach, für dieses, äh... Durium-Hatter. Echt? Mh... Ja, Peter. Äh... Äh... Das war auch geil. Ich hatte ja am Wochenende eine Taufe, am Sonntag da, ne? Von Bekannten von uns. Ja. Und dann hat die Tochter die ganze Zeit so rumgeweint. So nervig, ne? Und ich stelle mich so neben die und mache auch so... Äh... Und als Kind direkt ruhig so. So, voll verwirrt. So... Ey, das ist mein... Das ist mein Move, hat er wahrscheinlich gedacht. Warum heult der auch, der Ochse? Echt? Ich will die Aufmerksamkeit. Ich hätte mir so ein Heul-Battle mit dem Kind liefern können. Haha. Genau, das wäre cool. Okay, den Timer habe ich, Heiko. So...